Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktien-Schau. Im heutigen Podcast geht es um Lee-Auto. Die konnten die Auslieferungszahlen drastisch verbessern. Der UBS-Chef warnt vor schweren Zeiten und Analysten geben ihre Kommentare zur UBS ab. Bei BMW sank der Absatz im Q1 leicht. Airbus hat die Auslieferungszahlen für den März vorgelegt. Tilray hat die Bücher geöffnet und zu guter Letzt geht es um Evotec. Dort gab es Cyber-Angriffe. Vielleicht schauen wir auch nochmal kurz auf Apple, denn dort sind einige Dienste offline. Fangen wir jetzt aber direkt an und zwar mit Lee-Auto. Denn Lee-Auto konnte im Q1 2023 deutlich mehr verkaufen und vor allen Dingen auch ausliefern als noch im Q1 2022. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 konnte man 52.584 Fahrzeuge ausliefern. Das sind rund 65,8% mehr als noch im Vorjahr. Vor allen Dingen war der März extrem stark. Hier konnte man sogar 20.823 Fahrzeuge ausliefern. Das ist im Jahresvergleich eine Steigerung von 88,7%. Bis zum Stichtag, also bis zum 1. April konnte man 309.918 Fahrzeuge unter die Leute bringen. Dann kommen wir jetzt auch mal zur UBS. Der Konzernchef hat gesagt, wie bei jedem Zusammenschluss dieser Größenordnung wird es bedeutende Vorteile geben. Allerdings ist es auch so, es wird auch zu Veränderungen und schwerwiegenden Entscheidungen kommen. Experten rechnen jetzt damit, dass es auf jeden Fall auch Entlassungen geben wird. Insgesamt hat man durch den Zusammenschluss rund 120.000 Mitarbeiter bzw. sogar etwas mehr. Und es gibt einfach schlichtweg bedeutende Überlappungen von tausenden Stellen. Die kosten einfach Geld und da wird man sicherlich abbauen wollen. Übrigens, JP Morgan hat das Kursziel von der UBS angehoben und zwar von 23 auf 27 Franken. Die Einstufung bleibt bei Overweight. Die Transaktion wird die Schweizer Großbank zu einem Powerhouse im Bereich Vermögensmanagement machen. Auch die Citigroup hat sich dazu geäußert. Die Citigroup hat ebenfalls das Kursziel angehoben oder der Analyst der Citigroup. Und zwar von 24 auf 26 Franken. Auch hier hat man weiterhin eine Kaufempfehlung. Der Analyst der Citigroup hält im Übrigen auch die Kosteneinsparungen, die die UBS vorgelegt hat, für realistisch. Aber auch hierfür werden wohl Stellen weichen müssen. Wie schon angekündigt, sprechen wir auch über BMW. Die konnten nämlich im ersten Quartal 2023 etwas weniger Autos absetzen als noch im Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal sank der Absatz um 1,5% auf 588.138 Fahrzeuge weltweit. Man hatte allerdings einen, wie man selber bei BMW gesagt hat, klaren Aufwärtstrend im März. Genauso wie auch bei Li Auto war der März um einiges stärker als noch der Februar und auch der Januar. In Europa sank der Absatz der Marken BMW und Mini im ersten Quartal um 1,9% auf 215.917 Fahrzeuge. In China gingen die Verkäufe sogar um 6,6% auf 194.773 Fahrzeuge zurück. In den USA dagegen konnte man dann überzeugen. Dort letterte der Absatz relativ deutlich um 11,4% auf 89.750 Fahrzeuge. Übrigens bei den BEVs, also den vollelektrischen Fahrzeugen, gab es ein gutes Wachstum und zwar um 83,2% auf insgesamt 64.647 Fahrzeuge. Sowohl von der Marke BMW als auch der Marke Mini. Damit konnte alleine BMW den Absatz mit den vollelektrischen Fahrzeugen mehr als verdoppeln. Es gibt im Übrigen noch ein weiteres Unternehmen, wo die Auslieferungszahlen besser waren im März als im Januar und Februar. Und damit kommen wir jetzt auch zu Airbus. Denn Airbus konnte im März 61 Flugzeuge ausliefern. Im ersten Quartal insgesamt 127 Maschinen. Da seht ihr schon, es ging im März auch hier bergauf. Übrigens die 127 Maschinen im ersten Quartal wurden insgesamt an 54 verschiedene Kunden ausgeliefert. Im März konnte man die Flugzeuge noch an 37 Kunden übergeben. Auch gab es im März eine große Bestellung und zwar unter anderem von der Lufthansa. Die Lufthansa hat 15 Maschinen in Auftrag gegeben 10 A350-1000 und 5 A350-900. Insgesamt verbuchte Airbus netto im Zeitraum Januar bis März 142 Aufträge. Damit kommen wir jetzt mal in die USA und zwar zu Tilray. Die haben nämlich einiges abgegeben an Aktienkursen und das liegt an dem vorgelegten Quartal. Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 wurde vorgestellt. Es gab einen Verlust von 1,9 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte man dort noch einen Gewinn von 0,09 US-Dollar je Aktie stehen. Die Analysten hatten zwar mit einem Verlust gerechnet, aber nur von 0,053 US-Dollar. Das heißt also der Verlust ist um einiges größer als man erwartet hatte und auch beim Umsatz sah das Ganze nicht gut aus. 145,6 Millionen US-Dollar konnte man umsetzen. Im Vorjahreszeitraum lagen die Umsätze noch bei 152 Millionen US-Dollar. Also auch der Umsatz ist zurückgegangen. Analysten hatten auch hier mit mehr gerechnet und zwar mit 150 Millionen US-Dollar. Des Weiteren geht es heute ja noch um Evotec. Die sind in den Osterfeiertagen Opfer eines Cyberangriffs geworden. Es seien aktuell nicht mehr alle Systeme mit dem Netz verbunden. Trotzdem laufen alle Geschäftsstellen an allen Standorten weiter. Externe IT und auch eigene Experten untersuchen aktuell den Umfang und die potenziellen Auswirkungen des Vorfalls. Es gibt jetzt noch keine ganz großen Informationen. Man hat alle relevanten Behörden über den Vorfall informiert. Einige ausgewählte Systeme sollen erstmal offline bleiben. Man wurde angegriffen. Das hat man wohl auch zumindest laut eigenen Angaben relativ schnell gemerkt. Daraufhin hat man die Systeme oder einige Systeme sicherheitshalber runtergefahren und vom Internet getrennt. Um einfach schlichtweg Datenschutzverletzungen und Datenbeschädigungen zu verhindern. Dann hat man auch die Behörden eingeschaltet. Jetzt möchte man gerne Lösungen finden, damit man weiterhin auch für alle Partner mit dem kompletten Serviceangebot verfügbar sein wird. Als letztes springen wir doch nochmal ganz kurz zu Apple. Ich habe es schon angekündigt. Es gibt auch hier gerade Probleme. Einige Dienste sind aktuell nicht erreichbar. Zum Beispiel gab es jetzt auch gestern Totalausfall unter anderem von Apple Music, Apple Music Radio, iTunes Match und noch ein paar anderen Diensten. Man ist dabei wohl das Ganze zu beheben. Allerdings hat man sich noch nicht wirklich dazu geäußert. Es gab also auch noch keine Beantwortung. Einige Anfragen, was denn jetzt genau los ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und natürlich auch zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.